Willkommen bei Udos Talk. Ich freue mich ja immer, wie Sie wissen. Ich freue mich auch. Heute haben wir wieder einen ganz speziellen Gast, wo ich ein großer Fan bin. Ich war jetzt bei einer Talkshow und die Dame hat gesungen. Regine Toss. Und ich war so sprachlos und ich bin ja selten in meinem Leben sprachlos. Ich war das erste Mal ruhig und sie sang. Und da habe ich gesagt, wie kann denn es sein, dass eine Frau so gut singt und die Leute auch so gut in Stimmung gebracht hat. Und mein Lieblingslied zum Beispiel ist von Theodorakis. Zusammenleben. Wie geht das? Du fragst, warum ich so zufrieden mit dir zusammenleben kann. Zusammenleben. Herrlich. Ich liebe Theodorakis. Ich habe dich das erste Mal kennengelernt. Ich wusste deinen Namen vorher und als du heute reinkamst, alle haben sich gefreut. Und die kannten dich alle. Schön. Und ich habe das erste Mal nach der Öffnung der Mauer kamst du zu mir zum Friseur. Weißt du das noch? Das habe ich genau noch in Erinnerung. Und da habe ich gesagt, ich kann es nicht verändern, nur das mehr Locken. Die Haare waren schön. Ich habe mir gedacht, die Mauer ist gefallen. Jetzt machst du auch ein neues Outfit. Der Udo macht dich jetzt auch neu. Ich habe gesagt, es ist alles in Ordnung. Erzähl mal, deine Karriere, die fand ich ganz spannend. Und du hast ja viele Preise bekommen. Internationale Festivalpreise und im Ländle. Da gab es ja Wettbewerbe. Da gab es die großen Leistungsschau und Interpretenwettbewerbe. Und ja, da habe ich, ich habe ja erst alleine, ganz alleine gesungen. Also man sagt so, also wenn ich von vorne beginne, ich habe das Abitur gemacht in Zwickau. Und dann ganz schnell, da hat mich ja Heinz der Quermann, den Namen hast du ja kennst. Ja, klar. Ich sage immer, das war unser, der Moderne, Dieter Polen. Heinzi ist nämlich von Bezirkshauptstadt zu Bezirkshauptstadt gefahren, hat sich dort die Jungtalente ausgesucht und hat sie dann die Besten eingeladen in seine Fernsehsendung, Herzklopfen kostenlos. Und so hat mich Heinz in Zwickau, wie ich liebevoll sag, zu meiner Heimatstadt, hat er mich entdeckt. Wo liegt das? Wo der Trabi herkommt, in Sachsen. Der Trabi. Ja, der Trabi, Robert Schumann und ich. Robert Schumann und der Trabi kommt aus Zwickau. Wie alt warst du denn da als deine Karriere? 16 Jahre. Mit 16 hat er mich entdeckt, der Heinz. Da war ich in der 10. Klasse, in der Oberschule. Und von da an war eigentlich klar, Udo, ich habe ja schon mit 8 Jahren, hat die Mutti, man hat gemerkt, die hat eine große Stimme und das fiel schon als Kind auf. Und immer wenn Besuch da war, haben sie gesagt, Gina, komm sing mal ein Lied und so, waren damals Volkslieder. Und da war mir schon klar, diesen Weg musst du mal gehen später in deinem Leben. Aber ich meine, die Bühne singen, das war schon als Kind eigentlich meine Berufung. Ich habe gestaunt in der Talkshow. Du hast das Publikum sofort bekommen. Manchmal stehen Künstler auf der Bühne und das Publikum, der Funke sprüht nicht über. Aber die Leute haben sich wahnsinnig gefreut. Und was ich finde, du bist so auf der Bühne so unprätentiös. Du singst und du singst fantastisch und du hast dann auch eine Power. Am Schluss hast du so gemacht und sprangst einen halben Meter hoch. Das fand ich ganz toll. Nein, ich denke einfach, Udo, dass die Menschen spüren, dass wir sind ja dafür da, um den Menschen Freude zu bringen. Und deswegen muss ich, ich brauche die Menschen, ich muss denen in die Augen schauen. Und ich stehe nicht da oben auf der Bühne, um mich in der eigenen Schönheit zu sehen. Sondern wir sind für das Publikum da. Das ist entertainment. Ihr habt natürlich aber auch Glück, der deutsche Schlager ist ja wieder so präsent durch viele Kolleginnen auch. Und was du gesagt hast, der deutsche Schlager ist irre präsent. Das war immer. Das war immer. Nein, 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 also das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Nein. Der deutsche Schlager war immer präsent. Wir waren ganz schön arrogant. Wir haben immer nur englische Songs gehört und jetzt gibt es ja viele Radios. Ich meine nicht die Medien. Du musst jetzt einen Unterschied machen. Du musst einen Unterschied machen, was das Publikum möchte. Wir hatten ja kürzlich die Diskussion, dass man sagt, beim MDR haben sie ja glaube ich so eine Umfrage gemacht, dass die Leute gar keinen deutschen Schlager wollen. Und das stimmt nicht. Die Menschen wollen den hören. Nein, nicht doch. Mach ein Open-Air-Konzert mit zehn Schlagersängen, kommen tausende von Menschen. Ich weiß. Und die andere Geschichte ist die Medien. Und da hast du recht. Da denkst du mal, du bist auf der Insel und ich bin ein Deutscher. Und ich höre ja morgens immer einen Sender, ich kann jetzt keine Werbung machen, wo nur deutsche Schlager. Ich habe dann so gute Laune. Atemlos habe ich jetzt oft gehört. Also jetzt machen wir mal eine Pause mit Atemlos. Obwohl sie hat auch viel getan für den deutschen Schlager, die Helene Fischer. Eine gesunde Mischung zwischen internationalen Schlager, was innen ist, und deutschen Schlager. Das finde ich immer gut. Erzähl deine Geschichte mit, der hat dich entdeckt. Wie alt warst du da? Ich sagte ja, 16 Jahre. Und dann kam er zum Fernsehen oder wie hieß das? Ja, dann wurdest du eingeladen. Da gab es einen Endausscheid, eine Präsentation. Und er hat ja nicht nur Sänger entdeckt, er hat Moderatoren, Artistik, alles was der Unterhaltungsbranche zählt. Und dann gab es die Fernsehsendung Herzkloppen kostenlos. Und dann hat mich wieder der Dr. Wolfram Heiking gehört. Und dann habe ich, ich habe eigentlich mit Chansons angefangen, Udo. Das passte eigentlich zu meiner Stimme. Hast du den Text hier selber gemacht oder wurden die geschrieben für dich? Später dann wurde geschrieben. Ich habe auch zu DDR-Zeiten einige Texte auch selber gemacht, ja. Aber das meiste wurde ja im Rundfunk der DDR produziert. Die wenigsten haben ja bei VEB, Deutsche Schallplatten, Amiga produziert. Aber wie gesagt, ich wurde entdeckt, eigentlich in der Oberschule habe ich schon die erste Stimme im Chor gesungen. Das war sehr gut, Chorsingen ist gut fürs Gehör. Und ja, und da wollte mein Musiklehrer mich eigentlich in der klassischen Richtung sehen. Die wollten mich alle, Oper, Operette, Theater oder Chanson. Und dann hat mich Quermann entdeckt und dann plötzlich war ich da im Schlagergeschäft. Ich weiß nie vergessen, Udo, mein Musiklehrer hat mich dann von dem Moment an, wie ich das erste Mal im Fernsehen war, hat er mich nicht mehr angeschaut, so sauer war der. Ja, das ist die Schlagebranche. Haben deine Eltern dich sehr gefördert, sehr viel geholfen? Die waren stolz, die waren stolz. Die haben da eine Begabung erkannt und natürlich haben sie das gefördert. Und ich habe ja dann nach dem Abi sofort zu DDR-Zeiten, du weißt es ja, du bist ja auch mit vielen ehemaligen DDR-Künstlern bekannt, wir mussten ja einen Berufsausweis machen. Was heißt das? Ich habe einen Berufsausweis, das nicht jeder auf die Bühne kann. Echt? Berufsausweis? Ja, ein Berufsausweis, ich habe ihn heute noch. Berufsausweis? Ja, ein Berufsausweis. Und da stand drauf Sängerin? Ja, stand Berufsängerin. Und ich hatte das Abi in der Tasche und habe dann gleich im Mai 66 meinen Berufsausweis gemacht. Und das war so, das war in Magdeburg, in einem Riesenkulturhaus. Ich werde nie vergessen, unten saßen alles kompetente Leute. Von Fred Frohberg, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Ja, sag mal was. Wolfgang Brandenstein als Regisseur, Jürgen Herrmann, bis hin Bärbel Wachholz saß sogar an der Jury. Könnte ich auch noch mal an. Ja, und da saßen so 20 Leute, die haben hinterher getagt. Und dann haben sie entschieden, können wir die auf die Menschheit loslassen oder nicht. Und dann habe ich sofort beim ersten Mal schon, habe ich gesungen, Schöne Recreterien von Piaf. Und ich war gerade mal 18, 19 Jahre. Ich habe natürlich in dem Alter noch nichts bedauern müssen, heißt übersetzt, ich bedauere nicht. Aber du bedauerst, musst du heute auch nichts bedauern. Nein, man hätte manche Dinge gerne anders gemacht im Leben, aber es zähler wie nicht, so ist das Leben. Habe ich denn ein Buch von dir gesehen oder hast du dich in Hawaii geheiratet mal? So ist es. Wie viele Jahre hast du? Ich, wenn du so willst, ist die zweite Ehe gescheitert. Ja, das geht doch noch. So ist das Leben. Ich sage immer, es ist, wie es ist. Aber ich habe irgendwo, ich war mal in deinem Haus, ich habe dich mal auch fürs Fernsehen besucht. Ja. Und da war ich in deinem Haus, dein Traumhaus. Und da bin ich raus und der Garten war auch schön. Ich sage, Frau Toss, habe ich noch hochgerufen, wir müssen doch mal wieder gießen. Ja, Udo, die waren, das sind ja alles Tannenmensch. Ja, aber trotzdem. Und hinten habe ich ein bisschen Rasen, weil es eine Pflegeleicht, Pflegeleicht. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn. Wie alt? Mein, äh. Ja? Ja. Ja. Gut, dann die nächste Frage. Du, ich war 20, 21 Jahre jung, als mein Sohn kam. Ich war eine der jüngsten Sängerinnen überhaupt, die so jung auch ein Kind bekommen hat. Sagt man ungerne als Künstler sein Alter? Oder? Äh, nein. Muss ich jetzt nicht sagen, aber sagt man, da sagt man nächste Frage? Ich meine, die Zeitung schreiben Sie ja immer. Ich denke einfach, ich sage immer zu den Menschen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Naja, das finde ich nicht. Ach, komm. Also da wäre ich ja 15. Es gibt 40-Jährige, die wirken schon, die wirken schon frustriert, die wirken schon alt und es gibt 70-Jährige, die voller Power sind. Mensch. Ich bin 70. Na ja, ja, deswegen habe ich es doch gesagt. Wie ging das, wie ging das dann weiter? Wirklich, die Zahl, das Alter spielt doch keine Rolle. Du musst rüberkommen, wie wir so schön sagen, über die Rampe gehen, die Menschen begeistern und ich bin ein freundlicher Mensch. Du machst das ja mit links. Aber ich bin im Alltag auch so. Du erinnerst mich ein bisschen, was du dich verändert hast von der Optik her, die Milva La Rosa, die hat ja auch rote Haare und du hattest früher kräftige rotes Haar. Ist das so? Ja, das ist unterschiedlich. Ja, am alt sind sie kräftiger, meine ich so. Ja, so unterschiedlich. Aber du hast schöne Haare. Aber heute schauen sie doch gut aus, ne? Ja, na ja, du warst ja im Hause Walz, ne? Ja, genau so. Danke, das hat er wunderbar gemacht. Ich finde auch. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Wir kommen gleich wieder und dann geht es schon ein bisschen ins Eingemachte. Wir wollen von Frau Toss mehr wissen. Das war jetzt ein Geplänkel. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.